Warum solltest du eigentlich Brot selber backen? Im Grunde sage ich immer, am besten gar nicht, wenn man einen guten Bäcker hat. Und das ist schon der Haken, gute Bäcker gibt es nur noch ganz selten. Und wenn man den nicht hat und ein bisschen Zeit im Budget, dann lohnt sich das selber backen. Oder es gibt ganz viele Menschen, die das Brot, was sie kaufen können, gar nicht mehr vertragen, die dann anfangen selber zu backen mit viel Zeit und viel Geduld für den Teig. Dann verträgt der Darm das wieder. Und die andere Variante, die verkörpere ich im Grunde, ist einfach Entspannung. Es ist meditativ, Brot zu backen und holt einen wieder runter vom Alltag. All das ist möglich. Mit ein bisschen Erfahrung und Experimentierlaune funktioniert das auch kinderleicht. Wenn wir Brot backen wollen, dann müssen wir erst mal klären, was überhaupt ein gutes Brot bedeutet. Und dafür habe ich zwei Brote hier liegen. Ein selbstgebackenes und ein Brot, das ich im Discounter gekauft habe. Und daran wollen wir einfach mal kurz schauen, was ein gutes Brot ausmacht. Zuerst die Äußerlichkeiten. Wir sehen schon Unterschiede. Das hier hat einen schönen Glanz. Schöne Bräunung, ist schön voluminös, einigermaßen rund. Und das hier nebenan ist seltsam eingeschnitten, ist weder rund noch lang. Ganz matt, kein Glanz auf der Oberfläche. Insofern spricht mich das Brot viel eher an als das. Das sind also die ästhetischen Geschichten. Die Kruste hier knackt ganz toll, ist ganz knusprig. Die hier ist ganz weich, da ist überhaupt nichts knusprig. Das Ganze nennt man eine Rösche. Wenn es so schön knuspert, dann ist es die Rösche. Und wenn wir dann hier reinschauen in das Brot, dann wird sich zeigen, dass das hier relativ kompakt ist und das hier relativ locker. Das sind aber wieder Sachen, die sind sehr individuell. Also wenn der Bäcker sagt, ich habe hier vorgehabt, ein ganz feinporiges, dichtes Brot zu backen, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn er aber sagt, es sollte eigentlich ganz locker sein, grobporig, dann hat er irgendwas falsch gemacht. So, wir schneiden das Brot einmal an. Ja, da sieht man schon die dichte Krume. Der erste Test, um herauszukriegen, ob die Krume in Ordnung ist, man drückt mit dem Daumen hier rein. Und wenn die Krume zurückfedert, dann ist zumindest erst mal vom Backprozess her alles vernünftig gelaufen. Die kommt zurück, die ist sehr elastisch. Das passt schon mal, sie ist auch relativ feucht, merkt man am Daumen. Der nächste Test wäre jetzt der Geruch. Und da kommen wir jetzt schon langsam in die Frage, wie soll denn ein gutes Brot riechen und schmecken. Der erste Test ist wirklich an die Nase halten, dabei zusammendrücken und ganz tief einatmen. Das ist am Anfang ein bisschen seltsam, ist aber wirklich praktisch, um herauszukriegen, ob da irgendwelche Fremdaromen drin sind, Fehlaromen. Und hier rieche ich schon ganz, ganz viel Hefe raus. Und das ist ein Geruch, den sollte ein gutes Brot überhaupt nicht haben, aus zwei Gründen. Einerseits finde ich, riecht das nicht angenehm, das ist aber eine subjektive Sache. Und andererseits ist das immer ein Zeichen dafür, dass der Teig fast keine Zeit hatte, zumindest nicht ausreichend Zeit hatte, um zu fermentieren, um zu gehen. Und während dieser langen Zeit, die ein gutes Brot haben sollte zum Reifen, entstehen ganz tolle Aromen hier im Inneren des Teiges. Und wenn ich viel Hefe zugebe, bedeutet das, dass die Zeit gar nicht reicht, um solche Aromen zu bilden. Außerdem ist es für den Darm ungünstig, wenn der Teig wenig Zeit hat. Deshalb arbeite ich mit wenig Hefe, gut für den Geschmack und gut für den Darm. Ja, was wir auch sehen, hier ist noch so ein kleiner, kleiner Brotfehler. Der Rand ist viel dichter als das Innere. Das heißt, hier wurde entweder zu heiß gebacken oder der Teigling kam zu früh in den Ofen. Ist also auch nicht das Ideal. Wenn man dieses Brot verkosten möchte, also nicht nur riechen, sondern wirklich in den Mund nehmen, dann nimmt man immer aus der Krume ein bisschen heraus, nie von der Kruste, weil die Kruste immer schmeckt, egal wie schlecht oder gut das Brot ist. Also ein Stück rausnehmen, drauf rumkauen. Das kann ruhig ein, zwei Minuten dauern, bis man es verschluckt. Und dann merkt man, welche Säure, welche Süße, welche anderen Aromen da noch enthalten sind. Und wenn das dazu führt, dass man unbedingt nochmal reinbeißen möchte, dann ist das ein richtig gutes Brot. Zumindest aus geschmacklicher Sicht. So, jetzt gibt es noch ganz viele andere Kriterien, für mich zumindest, was ein gutes Brot ausmacht. Und ein wichtiges Kriterium ist die Rohstoffqualität. Das heißt, wo kommt mein Rohstoff her? Und der Hauptrohstoff ist bei Brot natürlich Mehl. Und deshalb schaue ich immer, wo kommt das Mehl her? Also welcher Müller hat es vermahlen? Welcher Landwirt hat es angebaut? Und wenn ich viel Glück habe, kriege ich sogar noch raus, welcher Züchter das Getreide gezüchtet hat, was der Landwirt dann am Ende in den Acker einsät. Und wenn diese Wertschöpfungskette ziemlich sauber ist, also keine Pestizide dabei sind, das Saatgut ökologisch gezüchtet wurde und der Müller auch noch handwerklich arbeitet, also keine Zusatzstoffe in das Mehl packt, dann ist eigentlich alles in Ordnung. Und dann kommt der letzte Punkt, das Rezept. Und für das Rezept ist entweder der Bäcker verantwortlich oder in diesem Falle ich. Da geht es darum, möglichst nur mit den natürlichen Rohstoffen zu arbeiten. Also Mehl, Wasser, Salz und vielleicht noch ein bisschen Hefe. Mehr muss nicht ins Brot rein. In diesem Brot ist wirklich nur Mehl, Wasser, Salz und ein bisschen Hefe. In diesem Brot ist noch ein Emugator, da ist noch ein Säureregulator drin. Und wenn man auf andere Backwaren geht, meistens Brötchen, die man so im Discounter und manchmal auch beim Bäcker kauft, dann sind da auch noch technische Enzyme enthalten. Und das sind alles Stoffe, die es dem Bäcker oder der Fabrik ermöglichen, Teige in relativ kurzer Zeit zu verarbeiten. Jetzt wissen wir schon, es ist nicht so gut für den Darm, es ist nicht so gut für den Geschmack. Aber es kommt am Ende ein relativ voluminöses Brot raus, ein braunes Brot, was ohne Zusatzstoffe gar nicht so geworden wäre. Mein Ansatz ist, ich lasse dem Brot Zeit. Ich verändere die Rezeptur so, dass ich mit dem natürlichen Rohstoff arbeiten kann, ohne dass ich Verarbeitungshilfsstoffe oder Zusatzstoffe zugeben muss.